Eine Erinnerung ist eine Scherbe der Vergangenheit, schreibt Stephen Owen. Und das ist wirklich alles, was ich habe, ein paar Scherben. Ich habe immer noch einen Scherben. Ich bin immer noch ein Scherben. Wenn ich nicht mehr war, wenn ich zu Hause ging, hätte ich mich viel früher gemacht. Ich hätte meine Doktorate viel früher gemacht. Ich hätte mich viel früher gemacht. Aber ich bin immer noch ein Scherben. Ich habe Zeit verloren. Und ich werde niemals aufhalten. Job, sechs years is a lot to be catching up. Now don't let your tea get cold. Irene Eber, ehemals Geminder, überlebte den Holocaust. Die damals Zwölfjährige beschloss, ihre Familie zu verlassen. Nur so sah sie eine Chance, sich allein vor den Nationalsozialisten zu verstecken. Von der vierköpfigen Familie überlebten ihre Mutter Helene und ihre Schwester Lore. Ihr Vater Jedidia wurde erschossen. Am letzten freiwilligen Wohnort der Familie, in Halle an der Saale, erinnert ein Stolperstein an ihn und sein Schicksal. Evi Lemberger und Maria Göckeritz, zwei Studentinnen aus Halle, nahmen dies zum Anlass und zeichneten den Weg der Familie und das Leben von Irene nach. Heute lebt Irene Eber in Jerusalem. In ihrer Biografie, »Ich bin allein und bang«, schreibt sie über ihre Erinnerungen während des Holocaust. Während der ersten sechs oder sieben Jahre meines Lebens, drehte sich das Familienleben um zwei Mittelpunkte. Halle um Jelitz, die Heimat meines Vaters. And I remember my childhood as a very happy childhood. I was the youngest in that entire large family, and so I was terribly spoiled. When I started school, it was really bad, because they called me Schweinejude. And I went to my mother, and I said, I know I'm Jew, but I'm certainly not a pig. And my mother said, no, you're not a pig. All of this came to an end. October 28, 1938, 1938, exactly, when I was sitting in the living room at the dining room table, and I was writing or reading, there was a loud noise on the staircase, and a pounding on the door, and then big men stood all around, and my father was sick and built, but they told him to get up. He didn't even put on his shoes to come in his house shoes, and they all were taken to jail. Am 27. und 28. Oktober 1938 wurden bis zu 17.000 jüdische Polen und ihre Familien gewaltsam aus dem Deutschen Reich ausgewiesen. Davon war auch die Familie Geminda mit ihren polnischen Wurzeln betroffen. Irene und ihre Familie wurden mit weiteren Familien aus Halle in einem Zug an die polnische Grenze gebracht. It was very, very cold. And I also remember, sitting under my father's coat and walking back and forth and back and forth between the Poles and the Germans. Nobody would let us in. I don't remember thinking about them shooting us, but I remember this is what we have to do. Beim Morgengrauen gestatteten uns die polnischen Soldaten endlich polnischen Boden zu betreten. Während der Nacht schienen wir Teil einer sehr großen Menge zu sein, doch seltsamerweise gingen am Morgen nur ein paar Menschen über die Grenze. In der grauen Dämmerung sah ich Häuser hier und da von Bäumen umgeben und ein einladendes Licht in ihren Fenstern. Dorthin gingen wir jedoch nicht, sondern wurden in einen Schlachthof geführt. Ich erinnere mich nicht, wie lange wir in dem Schlachthof waren oder wer dafür sorgte, dass wir dort wegkamen. Nachdem die aus Deutschland ausgewiesenen Juden Polen betreten durften, wurden sie in Zügen ins Landesinnere gebracht. Die Familie Geminda wurde von ihren Verwandten im polnischen Mielitz aufgenommen. Mielitz and the Polish family, that is my father's side of the family, were not strangers to me. My best friend when became Toschka, she was from Krakow, to this day I consider her my only true friend. We got along beautifully and we went for a short time to a clandestine school and it lasted only a short time but we learned and we were not allowed to go in more than two people together and we were not allowed to carry books because nobody was allowed to see that she had a school going. So, therefore, I felt we learned together, we played together, we thought together, we had our creative life together and she was killed in inversions. Then war broke out. Mielitz was the first town made Judengein and it was decided in Lemberg to deport all of the Jews from Mielitz east to the vicinity of Sobibor. One morning before dawn came German soldiers out, raus, 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 shouting, yelling, screaming. We didn't know where we were going or why we were going or why all of this was happening to us. He was a man deeply concerned. I'm sure he was concerned. I'm sure he was not as strong as he seemed to me but he was concerned that none of us get lost, none of us decide enough is enough. Thinking about that, I admire him deeply because he really did not lose this drive to stay alive until then beats her, until the end. Der Marsch endete in Sosnovietz. Nicht weit von dem Dorf sollte ein Arbeitslager gebaut werden. Zu der Zeit gab es nur Gerüchte darüber, was sich in solchen Lagern abspielte. Die Mutter Helene konnte ihren Schwager Räuben kontaktieren. Dieser wurde nicht deportiert, da er sich als Judenratmitglied davor bewahren konnte. Er holte die Familie Geminder zu sich, nach Radomysl-Wielki. In diesem Ort verbrachten Irene und ihre Familie den Sommer 1942. Dann wurden sie abermals deportiert und in dem Ghetto von Debica untergebracht. In Debica we lived in a small shack. It was in one room and it was really falling down. It was a ghetto and there was a fence around it and it was close to the market. I knew how to pull up the board. I was small, went through the board, went to the market and stole food. Somehow I became one of the suppliers of food for the family. Then finally another deportation and we knew we were not on the list to stay. So therefore we had to hide. And that is when we hid in the attic. Uncle Reuben had prepared a portion of the attic and built up a piece of wall. But when people saw us running to the attic, they ran with us and instead of just our family being up there, there were I don't know how many people, it was barely enough room to sit. And certainly there was not enough food for all of these people. But we headed out. I think for my father, this was really the end. Because he no longer saw a way for us to survive this. And so when I said I am leaving, that was the last straw. Why did I say I am leaving? Because I knew if I stayed, the ghetto was converted into a work camp. We were not on the list. Except my mother. Because she was a typist. Not my father, not my sister, not I. None of us won the list. If I stayed here, Germans would find me and kill me. I did not want to be killed. Ich saß neben Vater und hielt seine Hand. Ich blickte hinunter in sein hageres Gesicht, das keinen Trost mehr bot. Er hatte die Augen geschlossen, aber er schlief nicht. Ich wollte mit ihm reden. Ich wollte ihm sagen, dass ich fort müsse. Dass ich nicht erschossen werde, nicht sterben wollte. Ich wollte leben. Ich wollte seine Erlaubnis für mein Fortgehen. Ich wollte seine Zustimmung. Ich weiß nicht, was ich schließlich gesagt habe, doch ich werde seine Antwort nie vergessen. Geh nicht. Das waren seine letzten, an mich gerichteten Worte. Nachdem ich gerichtete, ich glaube, meine Frau ging zuerst. Sie ging bei mir zu einem anderen camp, wo ein Cousin von uns war. Und mein Vater ging nachdem, nachdem er das camp kam. Und er war 40-mal. Er war bereits ein altes Mann. Er war tired. Und er lag in einer der Ballacken. Along kam Rudi Zimmermann. Rudi Zimmermann war ein Volksdeutscher. His parents had bought in my grandmother's store for years and years and years. Er kam along, took my father and his sister and their daughter Esther und took them to the middle of the camp and shut them down. So, that was the end of my father. And my father is buried somewhere near meilets. I don't know where his grave is. And that is the reason we're going to Yadrashen to see the stones. So that his name should be found. Yes, but you don't have where to put it. That's true. Oh, look, they're beginning to put. Yeah. But they're not coming. Oh, yes. I have no graves to go to. If I would have graves, I would go to the graves. But I have no graves to go to. So we feel it's very important. It's important for Itamadu to come here and to light the candles and to remember them. I made up my mind by myself. I told my father about it. He did not accept it. I told my mother about it. And here is the greatness, the courage of a mother. But she had a little bit of money. She put it in my hand because I would need to buy a ticket from the pizza to meilets on the train. She took me to the fence. The fence that I was escaping from was a cross from the Gestapo house. But it was dark. It was night. She watched me dig a hole under the fence. I've often thought about that. And I thought when I had children of my own, whether I would have the courage to do what she did. Jetzt war ich völlig allein, nur auf mich selbst gestellt. Mit bluschen Händen grub ich wie wild im nassen Boden unter dem Stacheldraht und duckte mich tief, wenn der Suchscheinwerfer über mich hinstrich. Es war keine Zeit an Angst zu denken oder daran, was als nächstes geschehen könnte. Ich grub, ich kroch, ich gelangte auf die andere Seite, den kleinen Hang hinunter und dann auf die Straße. Ängste gingen mir damals vielleicht nicht durch den Kopf, aber Ängste waren in meinem Bauch. Kann einer wirklich ermessen, was Todesfurcht bedeutet, wenn er sie nie erlebt hat? Am 24. Oktober 1942 erreichte die zwölfjährige Irene Mielitz. Sie versuchte bei Bekannten der Familie und beim früheren Vermieter unterzukommen und wurde abgewiesen. Ehemalige Nachbarn im Ort, die Orlowskis, nahmen das Mädchen auf. I wouldn't have known where else to go. If she wouldn't have taken me in, I think I would have died. It was almost two years that they kept me hidden. On one side there were cages of rabbits, on the other side were the chickens. And the chickens were on sort of a platform and they laid their eggs there. But above this platform, there was another platform and I would lie on that platform in straw. Every so often they took me inside, we washed and they gave me food. And I was not thinking, I was not doing, I felt very strongly that if the Germans made house searches in the neighborhood there, and the Germans did, I would run away, escape from the chicken coop, so it's not to endanger these people. Oh, here's a bit of Orzl. Oh, here's Germany. All of that is power. They not only save truth, they risk their life. My people won't do that. Because I could not reduce my life to bureaucratic form. This, these people made a bureaucratic form, you know, this year, this place, and I had to fill it out. And this was an event that could not be reduced to a bureaucratic form. So, I, I got the form, I looked at it, I said, I cannot do it, it goes against, it was unnatural. Do you understand? It's hard to understand. Now, I, I found China. I found China. I found China. Okay. Let's go to China. Well, give me your hand. Yeah. We go to China. Okay. Oh. Wait a moment. Poland. When the Russians came and when I didn't see any Jews anywhere, I was sure there were no Jews. I was sure I was the last Jew. I was in Poznan with Orlovskys. And one day, Lori appeared. It was in Krakow that I learned to watch people. I had been without human contacts. It was in Krakow that I learned to watch people. For nearly two years, I hadn't seen anybody. And that is why I wandered to the Wawel, the castle. I went to the church. I sat on the steps of the Sukenitsa, the clothes hall, and watched the market. And I did all of that alone. Because I had no one to do it with. My sister and my mother belonged together. And I was outside. My, you know, my mother could not relate to me. My sister couldn't relate. And I could not relate to them. Their experiences were completely different from my experiences. And we did not talk. Now that I think about myself, it was, where did I belong? Who was I? Sie verließen Krakow im Herbst 1945. Ihr Ziel war Frankfurt am Main, das sich in der amerikanischen Besatzungszone befand. Sie reisten über Prag und Pilsen in der Tschechoslowakei illegal nach Deutschland ein. Über Regensburg kamen sie 1945 bei ihren Verwandten in Frankfurt an. Helenes Schwester Friedl überlebte den Krieg im Frankfurter Untergrund. Ihr Mann Arno Rudert war Kommunist und bis 1945 in einem Arbeitslager inhaftiert gewesen. I had not gone to school for six years. I was stupid. I didn't know anything. My uncle gave me books to read. I was reading Stefan Zweig, I remember. He also gave me Marks and Engels to read, of which I don't remember very much. Then my mother found a brother-in-law. Heinrich Padawa, der einzige Überlebende der Familie des Vaters, lebte im DP-Lager in Cham, im südöstlichen Bayern. Die DP-Lager waren vorübergehende Unterbringungen für jüdische Flüchtlinge nach dem Krieg. Irene besucht ihren Onkel in Cham und weitere DP-Lager der Region. There I met people who were sent by the Zionist Party from here to the DP camps to recruit people. And I went to these people and I said, I want to go to Palestine. I want to go to school. They looked at me and they said, who wants to go to school? You've got to go to kibbutz, you dance, you sing. Look what school brought us, nothing but hardships. So they couldn't promise me that I could go to school. And that is when I decided, okay, I'll first go to America, I'll go to school and afterwards I'll go to Palestine. Wie in Dobitzer, als Mutter mir zu fliehen half, half sie jetzt, die Reise nach Amerika möglich zu machen. Ganz unerwarteter Weise und ich weiß nicht, wie Mutter das geschafft hatte, konnte ich mich einem Kindertransport anschließen und hoffte, dass dies mein Vater, wäre er noch am Leben gewesen, mir seine Zustimmung gegeben hätte. Meine Mutter remarriert, sie remarriert ihr Bruderin-Law. So, sie war well taken care of. Meine Sister war under the protection of my aunt. So, sie war also well taken care of. Ich war der einzige, der fliegelte. Ich war alleine. Das war basically ein Teil dieser Entscheidung. Wenn du alleine bist, musst du für dich entscheiden. Im Januar 1947 begann Irene ihre Reise nach Amerika, um mit dem Transportschiff Marine Perch den Atlantik zu überqueren. Die Marine Perch war eines der Schiffe, die Flüchtlinge von Norwegen und Schweden über Bremen nach New York brachten. Alle meine Bekannten gingen eine nach der anderen an Bord und am 19. Januar 1947 beklagte ich die Lehre der Unterkunft. Eine Woche später befand ich mich an Bord der Maren Perch und schrieb, wie absurd es doch war, allein in die Welt hinaus zu fahren. Das ist Naturwissenschaften. Das war alle Erfahrungen, die sich in meinem Leben verletzten, die wir verletzten, von Leelz verletzten. Das war eine Schottwissenschaften. Das war eine Schottwissenschaften, die wir von Leelz haben. Das war ein Paragum, wenn meine Familie all dissapeared, das war mir lebt, und ich denke, dass vieles von dem Buch reflektiert eine größere Alonness. Oh, das ist... 15 Minuten? Was? 15 Minuten? Ich gehe, ich gehe. Du sagst 12 Uhr, du bist nicht fertig. Das hast du, und ich komme in halb einer Stunde. Okay, aber dann ist das alles. Vielleicht gehst du an dieser Seite, damit du in der Bildung bist. Okay. Du bist die Star, nicht ich. Du bist hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Was ist all das? Wir kommen hier auf Yom Kippur und Holocaust Day. 20 Uhr. Ich denke, dass die verschiedenen Formen der Memoriae, die Dokumente in einem Museum, wie die Postkarte, die ich von meinem Vater gezeigt habe, für mich, das Name ist wichtig. Das ist wichtig. Das weiße. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Nein, das ist wichtig. Aber wenn Sie es publikamente wollen, dann haben Sie es in eine Wolle. Sie haben eine Wolle auf den Namen des Inhabitants von Halle. Wenn Sie die Stolper-Schneider in die Wolle haben, dann haben Sie gesagt, Ja, es ist eine gute Sache, und es ist gut, dass Sie es gemacht haben. Ich möchte mein Vater zu erinnern, aber ich will ihn nicht mit dem Stabthon. Ich denke, wir sollten gehen. Es ist ein bisschen kalt. Sind wir gehen? Ja. Woher gehen wir jetzt? Fertig? Du hast es sehr gut gemacht. Ja, ich denke so. Eine Sache ist, das macht man sehr, sehr, sehr stolz, ist, dass die mehr du erinnerst, die mehr du erinnerst. Und das ist inevitabel. Aber wenn du nicht mehr erinnerst, dann würde ich alles vergessen. das ist, dass der geschleven ist. was echt wenigstens. Und wir machen das. Musik 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 There is one more thing that I did not say, but I think that needs to be said, and that is compassion, compassion, not pity, but compassion for the other person. Because no one experiences reality in the same way, and when your foot hurts, mine doesn't hurt, but I need to have compassion for your hurting foot. And this lack of compassion in human beings is very, very painful, and it's very hard to come by. There are very few people who are capable of that kind of compassion, not for themselves, but for the other. And I think that maybe reading this terrible, awful stuff that happened might help others to reach this point of becoming compassionate human beings. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020